Willkommen zurück meine verehrten Schamanen, ich begrüße euch zu einem neuen und vielleicht auch den letzten Part, also ich denke mal das ist der letzte Part von Shaman King, Master of Spirits. Ja, was soll ich sagen, es war eine lange Reise bisher und ich sehe gerade wir haben 9k in der Tasche, oh das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir absolut ausnutzen, dass wir das haben und decken uns erstmal ordentlich mit High-Items ein. Und ja, da bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir haben vermutlich jetzt den Kampf gegen Magister vor uns. Ja. Ihr habt es also doch noch geschafft, aber ihr kommt zu spät. Ich habe die Seite des Schamanenbuchs gefunden, auf der das geheime Ritual beschrieben wird, nachdem ich gesucht habe. Was? Nun ist die Zeit gekommen, Mafias in diese Welt zurückzubringen. Hör mal Magister, ich weiß ja nicht was dein Problem ist, aber ein wahrer Schamane verhält sich nicht so. Er nimmt am großen Schamanenturnier teil und kämpft fair. So wird man Schamanenkönig. Schamanenkönig? Großes Schamanenturnier? Lächerlich. Solche Absurditäten kümmere mich nicht. Die Macht irgendeines Schamanenkönigs ist mir völlig egal. Wieso willst du dann Mafias wieder zum Leben erwecken? Um jeden einzelnen von euch abscheulichen Schamanen vom Angesicht der Welt zu tilgen. Ihr habt meine Familie zerstört. Wovon redest du? Meine Familie war dereinst eine Familie von Schamanen mit unvergleichlichem Furioku. Aber wir mochten das Kämpfen nicht. Deshalb weigerten wir uns, am großen Schamanenturnier teilzunehmen. Wir haben einfach friedlich vor uns hingelebt. Doch die Schamanen dieser Welt fühlten sich von unserem gewaltigen Furioku bedroht. Daher kamen sie zu unserem Haus und vernichteten unsere Familie. Meine Frau. Meinen Sohn. Deshalb werde ich Mafias Macht einsetzen, um euch barbarische Monster auszulöschen. Ihr denkt nur an euch selbst. Das ist eine schreckliche Geschichte. Aber die Schamanen, die an diesem Turnier teilnehmen, sind nicht alle böse. Wenn die Verbrecher, von denen du sprichst, daran teilnehmen, dann werde ich dir helfen, sie zu bekämpfen. Aber du solltest dich beruhigen, Magister. Okay. Wir haben dieses klassische, alle Leute, die x Rolle angehören, sind böse Prinzip hier, wie es aussieht. Und es ist schön, dass wir das kurz vor Ende des Spiels erfahren. Sei still. Jeder Schamane auf dieser Welt ist mein Feind. Alles steht bereit für die Wiederauferstehung von Mafias. In wenigen Augenblicken würde er sich erheben. Was? Ich werde euch in die Flammen des Infernus schicken. Okay, erstmal... Wir haben noch Mama ausgerüstet. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Ich denke, wir können jetzt ganz gut mit... Ja? Oh. Oh, okay. Ist das ein bisschen wie der Todkampf aus... Castlevania? Äh, Bloodlines? Wo man sich für die richtige Karte entscheiden muss, um den... Oder beziehungsweise ist es nicht die richtige Karte, sondern... Irr. Sondern... Äh... Man muss eh fast alle Karten durchgehen im Kampf gegen Tod in Bloodlines. Du machst viel Schaden. Oh mein Gott, wie soll ich... Wie soll ich... Manchen kann man hier nicht so einfach dodgen. Autsch. Okay. Wir haben Runde 1 gegen Magister gewonnen. Und... Wir bekommen die letzte Schamanen-Buchseite, aber unser Leben wird nicht wiederhergestellt. Wie? Wie konnte ein Winzling wie du mich besiegen? Sag nichts. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Hahaha. Du bist so ein naiver Narr. Mephiast ist wieder unter uns. Und du hast nichts anderes im Sinn, als mich zu retten? Warum siehst du aus wie ein fliegender Glitch? Okay. Okay, okay. Du bist einfach nur Dracula. Du bist wirklich legitim einfach nur Dracula. Wo bin ich? Was ist geschehen? Ich fühle, die Wärme des Lebens mich durchströmt. Mephiast. Ich war derjenige, der dich in diese Welt zurückgebracht hat. Du wirst für mich... Arbeiten. Ich bin zurückgebracht worden. Damit ich als Schamanenkönig wieder Chaos erbreiten kann. Haha. Zuerst musst du diesen Ratzlevel eliminieren. Wer bist du, dass du mir Befehle gibst? Du bist derjenige, der eliminiert werden sollte. Oh, der Klassiker. Magister. Mephiast, wie konntest du nur? Doch, so ein kleiner Wadenbeißer. Du kommst als nächster dran. Das wirst du büßen. Ja. Das war so obvious, dass wir noch einen zweiten Kampf vor uns haben. Und ich find's lustig, wie es einfach legitimen Dracula ist, den sie hier gemacht haben. Man merkt einfach, es ist Konami. Nein, du hast mich vergiftet? Das ist fies. Aber... Au, okay. Das war mächtig viel Schaden. Nicht erstmal den Hotdog. Bisher kann ich dich ganz gut spammen. Und das ist vermutlich Phase 2. Oh, damn. Au! Okay, das hat sehr viel mehr Schaden gemacht als gedacht. Ey, come on. Das hat Nio nimmer getroffen. Was sollte das denn auf einmal? Aber gut. Dadurch, dass du mich niedergeschlagen hast, haben wir glücklicherweise den Angriff abwählen können. Okay. Ah. Zwei Felsenticks abzubekommen war ein bisschen blöd. Ah, man bekommt viel zu viel Passivschaden. Nein! Nein! Das ist doch Arsch. Okay, 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 komm. Komm, laber nicht so lange, Jo. Ich will sofort wieder in den Kampf gegen Magister starten. Der Kampf gegen Magister ist nicht so schwer. Das heißt, wir müssen einfach nur darauf achten, dass wir hier eventuell nicht... Ah, come on. Dass wir eventuell nicht an die Grenze stoßen und... Ach, komm. Oh, mein Gott. Nicht der blöde Drache. Ich wollte gerade sagen, eine Nudelsuppe essen müssen, aber wie sau sie bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, wait. Ich hatte ja noch Mama ausgerüstet. Ich dachte, ich habe dann wieder Maru ausgerüstet, aber nein. Was? Warum hat er mich das vorher nicht erwischt so? Okay, 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 komm. Ich kann auf jeden Fall mindestens ein, zwei Hits tanken. Bevor ich eine Nudelsuppe essen muss. Das heißt, wir starten mit einer Nudelsuppe mehr in diesem Kampf. Okay, nevermind. Ein Hit kann ich tanken, aber das ist nicht schlimm. Zum Glück hast du keinen Body Damage. Das heißt, ich kann dich wirklich erst mal richtig hart spammen und hinter drin stehen. Wie so aussieht, triffst du mich nicht so ohne weiteres. Ah, okay, Gift. Okay. Okay, wir sind direkt in Phase 2. Sehr gut. Okay. Nicht so cool, aber besser als die 70 Schaden. Lieber 16 von dem Felsen, als 70 Schaden von dem Schwert. Okay, ich muss auf mein Leben achten. 98. Ich überlebe auf jeden Fall den nächsten Schlag, falls er mich treffen sollte. Gut. Ähm, hier ist ein Hotdog. Ah, egal. Ich finde es schade, dass Grand Halo Blade so wenig Schaden macht. Oh, wait. Das war's. Das war's noch nicht, oder? Das war's noch nicht, oder? Ja. Wie? Ich bin der Schamanenkönig. Wie konntest du ein kleiner Floh wie du mich besiegen? Du musst Mitgefühl haben. Die Kraft deines Schamanen kommt aus seinen Herzen, nicht aus dem Zorn. Und jetzt ist die Besucherzeit vorbei. Mein Körper! Er verschwindet! Hilf mir, bitte! Ich will nicht zurück in die Finsternis. Hilf mir! Bitte was? Das war das Ende? Das war das Ende. Oh mein Gott! Was zur Hölle war das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle! Also, ich wusste ja, dass das nicht länger als 10 Minuten dauern wird. Insgesamt. Also, beziehungsweise es wird jetzt vermutlich ein bisschen länger wegen meinem Abschluss gebrabbelt. Aber der Part, dass der nicht lang wird, das war mir klar. Aber gut. Lass mich jetzt mal jetzt vom Ende hier anfangen. Erstmal, warum zur Hölle haben wir keine richtige abschließende Dialogoption gehabt, wo gesagt wurde, hey, jo, du hast es geschafft. Danke, dass du die Welt gerettet hast oder sowas. Nicht mal das. Warum war das nicht drin? Come on! Du kannst mir nicht sagen, dass das mehr als 10 Minuten Programmierzeit gebraucht hätte. Oder Schreibzeit, um mal die Dialoge halbwegs, so wie sie ja sowieso geschrieben wurden in dem Spiel, hier auf Papier zu bringen. Also, das waren ja echt keine komplexen Dialoge. Das war ja, das war ja nichts. Das war ja buchstäblich nichts. Das hätte ich euch in 5 Minuten geschrieben. Oh mein Gott! Okay. Also, das Ende war schon mal sehr enttäuschend, das muss ich sagen. Der finale Bosskampf gegen Magister, okay, dass Magister nicht lang dauert, fair, weil Magister sollte ja nur so im Vorgeschmack sein. Das ist wie mit Genichiro in Sekiro. und das ist ja nicht dann fein. Aber, dass der Kampf gegen Mafias halt so ein Witz war, ich meine, ich habe das Pattern ja sofort beim zweiten Versuch erkannt und das war ja auch nur, dass ich ein bisschen unvorsichtig war, dass ich überhaupt nicht First-Rate hatte. Das fand ich ein bisschen schwach. Ich habe zumindest mit einer dritten Phase noch gerechnet. Und, dass das nicht der Fall war, naja. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen abgehärtet wegen anderen Spielen oder zu sehr gewöhnt, dass Dracula aus Castlevania Games halt so viel schwieriger ist als das, was wir gerade erlebt haben. Aber okay, okay, das zum Ende war jetzt nicht mein Highlight. Generell, die Bosskämpfe in dem Spiel waren zwar teilweise sehr kreativ, aber waren echt nicht mein Highlight. Reden wir jetzt mal über das Spiel selber, weil da gibt es einiges zu erzählen. Erstmal, ich bin ein großer Fan davon, wie die Lizenz umgesetzt wurde. Als jemand, der sehr viele Lizenzenttäuschungen in seinem Leben gesehen hat und ich meine, das tun viele Leute da draußen, die halt Fans von irgendwelchen Franchises sind und dann halt die Spiele, wie sie kommen, halt auch spielen wollen, kann ich sagen, dass es definitiv zu den besseren Lizenzumsetzungen da draußen zählt und ich sagen würde, es ist ein okayes Spiel, was man auf dem Game Boy Advance damals auch definitiv so hätte verkaufen können. Da kann man sagen, ja, als Shaman King Fan kommt man hier auf seine Kosten, als Metroidvania Fan bekommt man auch genug, um sich halt spaßeshalber über Wasser zu halten, ist bei weitem, bei weitem nicht auf dem Niveau von den Metroidvania Games, die ich hier auf dem Kanal durchgespielt habe, das heißt, ich würde sagen, es ist bisher das schlechteste davon, es ist aber nicht das schlechteste, was ich generell hier gespielt habe, deshalb ist das noch fair. Aber reden wir erst mal über andere Sachen, weil wir haben beispielsweise die Story, die Story, die ist, naja, die ist da. Die ist echt nicht gut, die ist da. Und Shaman Kings Story an sich ist ja schon nicht gut, das heißt, zu sehen, dass die halt so lächerlich war, ist, naja, unterdurchschnittlich, so ein bisschen Filmstory von Schonumsetzung, wenn ihr beispielsweise Fairytale oder Hunter x Hunter gesehen habt und dazu die Filme, dann wisst ihr ungefähr, was das ist. Und so wurde der Plan Magisters mit vereinten Kräften vereitelt und die Bedrohung durch Mephias abgewendet. Hey, da kommen ja doch noch ein paar abschließende Worte. Das Schamanenturnier ging weiter und alles lief reibungslos. Jo hat mir die Geschichte Magisters erzählt. Sie war ziemlich traurig. Alle, einschließlich Jo, versuchten nicht darüber nachzudenken. Aber noch sind wir nicht aus dem Schneider. Schließlich treibt Seki nach wie vor sein Unwesen. Doch fürs Erste albert Jo wieder mit seinen Freunden herum. Er hat sich kein bisschen verändert. Jo hat es der Hilfe Annas und seiner Freunde zu verdanken, dass er so stark ist. Und ich bin mir sicher, dass er auf bestem Wege ist, der größte Schamanenkönig zu werden, den es je gab. Okay. Fim. Sifar. Und damit würde ich sagen, sind wir auch wirklich am Ende des Spiels angekommen. Ich muss natürlich noch sagen, Glückwunsch. Danke. Dass ich jetzt noch ein paar Hühnchen zu rupfen habe. Was haben wir da? Geist des Feuers. What? Wir halten einfach Sekis Geist des Feuers. Interessant. Wild. Spielstand speichern. Ja, bitte. Okay. Ich klicke hier mal rein, weil ansonsten würde die ganze Zeit das Opening durchlaufen. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe gerade über die Story geredet, ich habe die Bosskämpfe erwähnt und da muss ich natürlich jetzt noch das allgemeine Gameplay erwähnen. Aus der Sicht eines Metroidvania Liebhabers, der halt auch schon viele, viele Titel diese Richtung durchgespielt hat, muss ich sagen, dass es hier sehr, 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 sehr schwierig ist, das einzuschätzen. Auf der einen Seite bin ich dankbar, dass es vor allen Dingen zu Beginn sehr unterhaltsam, abwechslungsreich und interessant gestaltet war und die Einbindung von den Geistern als Fähigkeiten, um halt die einzelnen Leveln zu überwinden, das ist kreativ gelöst, wenn auch bei manchen mehr oder weniger gut gelaufen, also vor allen Dingen halt durch die ganzen Einblendungen, das ist so eine komische Sache, dass man nach jedem dritten, vierten Mal Einsetzen erneut den Geist gesehen hat, es hat den Gameflow ein bisschen stark mitgenommen, aber hey, was soll's. Bei dem Level-Design viele Level in dem Spiel fand ich waren ich sag mal entweder auf einem durchschnittlichen Niveau, wo man sagt, okay, man erkennt sofort, was man zu tun hat und man kommt da halt problemlos durch oder halt mit ein paar gewissen Abstrichen, aber die sind noch fein, da würde ich sagen, da kann ich noch mit leben. es gibt aber auf der anderen Seite genauso viele Level, wo ich sagen würde, die waren richtig schlecht designt. Und als jemand, der natürlich die Castlevania Anniversary Collection durchgespielt hat, kann ich euch sagen, dass selbst viele der alten Castlevania Games besseres Level-Design hatten als Master of Spirits, was fast 20 Jahre nach diesen Castlevania Games von denselben Entwickler kam. Und man sieht ja, dass Konami hier auf Biegen umbrechen sagen wollte, ja, es ist ein Castlevania, nur halt mit der Shaman King Lizenz. Aber gleichzeitig haben sie halt so viele dermaßen krasse Leichtsinsfehler gemacht, die sie nicht mal beim ersten Castlevania Game gemacht haben. Siehe die absurd hohe Gegnerdichte, siehe die Tankiness von den Gegnern, siehe das Level-Scaling bzw. Power-Scaling von einem selber in Relation zu den Gegnern. Und werden die Gegner in den normalen Level und die Fallen in diesen extrem tödlich und superschwierig zu umgehen waren, ist es so, dass auf der anderen Seite die Bossgegner halt einfach gar keine Herausforderung gewesen sind. Also klar, ich hab manche Bosse gehabt, wo ich halt einmal gestorben bin, aber ich bin halt nie mehr als einmal gestorben gegen irgendeinen Boss. Und das ist dann halt in dem Kontext, wie schwer die Level waren, echt schon ein bisschen mies. Und die Castlevania Games, die haben halt teilweise auch sehr knackige und interessante Bosskämpfe, wie den angesprochenen Tod, als ich gegen Magister gekämpft hab, der hat halt ein so interessantes Pattern gehabt und Magister war offensichtlich von dem inspiriert, dass es fast schon schade ist, dass er halt einfach nur ein billiger Abklatsch war. Ja, Gameplay technisch finde ich auch von dem Movement her, dass man halt auch nur ein Angriffspattern hat, was man immer wieder mit deren Design halt, viele waren ja einfach nur recycelt, da fand ich war einiges im Argen und man merkt, dass sie verhältnismäßig, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, bei dieser Lizenzumsetzung einen gewissen Zeitdruck hatten, das Spiel rauszudrücken. Mein Gedanke ist vermutlich, dass um diese Zeit der Manga so in seiner finalen Phase war oder bereits schon geendet hat. Also wie gesagt, 2004 müsste der Manga geendet haben und 2004 oder 2005 ist das Spiel rausgekommen und vermutlich mussten sie so schnell wie möglich die Lizenz noch umsetzen, solange das Eisen noch heiß ist und vermutlich haben sie deshalb so viele Fehler gemacht im Game Design meines Erachtens nach. Ansonsten kann ich mir das nämlich nicht erklären, weil Konami sind wirklich gut darin, eben Castlevanias zu machen, logischerweise, ist ja auch deren Franchise und sie hatten höchstwahrscheinlich auch noch andere Prioritäten, weil zu der Zeit auch die Playstation 2 groß war und sie halt die 3D Castlevanias gemacht haben. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, weshalb dieses Spiel halt so ist, wie es ist. An dem Game Boy Advance wird es nicht gelegen haben, weil sie haben mal da auf dem Game Boy vorher schon Castlevanias gemacht und zwei von den dreien oder beziehungsweise nein, der erste Teil war schrecklich, der zweite Teil war okay, der dritte Teil war auch okay, deshalb würde ich sagen, sie hatten gute Vorlagen, dafür. Das heißt, daran kann es nicht gelegen haben. Und ja, alles in allem, es war ein okayes Spiel, ich würde sagen, aus einer Metroidvania Perspektive, eine 6 von 10, nicht das Beste auf diesem Kanal, nein, im Gegenteil, das schlechteste Metroidvania bisher, aber kein schlechtes Spiel, versteht mich nicht falsch, es war nur vor allen Dingen sehr gegen Ende anstrengend, einfach nur noch anstrengend. es hat halt nicht mehr wirklich Spaß gemacht. Trotzdem bin ich froh, darüber es durchgespielt zu haben und ich freue mich ein bisschen auf Master of Spirits 2, weil ich denke, sie könnten aus ihren Fehlern gelernt haben und vieles halt sehr viel besser gemacht haben, insbesondere weil Master of Spirits 2 auch als der Favorite von vielen Leuten gilt und mal schauen, was uns da erwartet. Ich kann euch sagen, der wird vor nächstem Jahr nicht folgen, ich weiß noch nicht, wann ich ihm folgen lasse, aber so oder so war es mir eine Freude, euch dieses Let's Play zu präsentieren, auch wenn es teilweise sehr anstrengend wurde. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder und bis dahin, macht's gut!